Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testen Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns an, wo der liebe Xur steht, was er dabei hat und ob sich ein Kauf lohnt oder nicht. Er steht wieder mal auf dem Riff. Erstaunlich oft steht er hier, vielleicht ist das ein neuer fester Standort, ich weiß es nicht. Nun, dabei hat er auf alle Fälle ein Vermächtnis-Engram. Hier ist ganz wichtig zu sagen, hier kriegt ihr nur Jahr 1 Gegenstände raus, das heißt ihr habt hier nicht die Möglichkeit neue Gegenstände zu kriegen, sondern nur mit dem Lichtwert 170, wenn ich mich nicht täusche. Die kann man auch nicht hochinfundieren, die bleiben also so tief. Dann der ewige Krieger. Hier erhält der Titan die Fähigkeit unaufhaltsam, damit ist er schwieriger zu eliminieren, wenn er in seiner super ist und man kann dann da skilltechnisch auf etwas anderes ausweichen. Ich persönlich finde den nicht so wahnsinnig gut, denn unaufhaltsam ist als Fähigkeit schon eigentlich relativ nice einzusetzen. Die meisten werden da aber Juggernaut oder Schulterangriff nehmen, denn das sind die, wo man darauf ausweichen kann. Unaufhaltsam ist da eine ganz nette Fähigkeit, aber extra ein Exo-Teil dafür zu opfern, würde ich nicht machen. Deswegen finde ich ihn nicht gut, sowohl im PvP als auch im PvE und ist meines Erachtens nach kein Kaufwert. Also kein Must-Have Gegenstand, da kann man ruhig darauf verzichten. Dann hätten wir den Schwachkopfradar. Hier bleibt das Radar aktiv, wenn man mit der Primärwaffe zielt. Finde ich auch relativ, ja was soll ich sagen, nicht so sinnvoll. Denn es ist so, wenn man ganz kurz den Trigger loslässt vom Ziel, also wenn man am Zielen ist, man lässt das Ziel ganz kurz los, dann sieht man für eine halbe Sekunde, für eine Millisekunde oder so, kann man den Radar erkennen. Und dann weiss man direkt an, Feind ist in der Nähe oder nicht. So mache ich es auf alle Fälle, ganz kurz weg zielen und dann hat man den Radar eigentlich schon gesehen und viel mehr braucht man nicht. Es gibt jetzt die ein oder anderen, die darauf schwören, die sagen Schwachkopfradar ist eigentlich eine gute Sache für PvP. Ja, ich sage es mal so, es ist kein Must-Have Gegenstand, aber für die ein oder anderen im PvP durchaus nützlich. Ich finde aber, es gibt bessere. Für PvE absolut unbrauchbar. Dann kommen wir zu die unmöglichen Maschinen. Hier wird mit dem Sturmbeschwörer Landfall gewährt. Das ist die Fähigkeit, dass wenn man den Super zündet, dass so ein Blitz von oben nach unten stößt. Also, wenn man in der Luft ist, dann gibt es so einen Blitz nach unten und macht Schaden in dem Bereich unter einem. Macht eigentlich viel Sinn. Jetzt für PvE nicht unbedingt, da in den Raids oder Strikes macht das nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Zur Not könnte man es ja auch sogar noch skillen, wenn man es brauchen würde. Für PvP ist es aber durchaus interessant, denn dann kann man Landfall skillen und noch auf die anderen zwei Fähigkeiten ausweichen. Denn Landfall ist, wie schon angesprochen, eine Skillung von dem lieben Sturmbeschwörer. Ein Must-Have Gegenstand würde ich jetzt nicht sagen, aber auf alle Fälle ein Gegenstand, der im PvP viel Spass macht. Das heisst, hier wird man keine Fehlinvestition tätigen, wenn man den kauft und ausprobieren möchte. Er macht wirklich Spass. Also ich spiele ihn zwischendurch auch mal gerne, weil Landfall, ja, man rennt einfach auf die Feine zu, springt hoch, setzt den Super ein und tötet direkt die Feine, die in der Nähe sind. Da können auch zwei oder drei sterben. Wenn sechs auf einem Haufen sind, würde das natürlich auch gehen, aber passiert selten. Aber da ein, zwei mitzureissen, wenn man das zündet, geht eigentlich relativ gut. Bevor man es kauft, kann man es natürlich auch mit der Skillung ausprobieren und kann dann sagen, hey, den möchte ich eigentlich kaufen. Dann die Suros Regime. Ja, was soll ich zu Exowaffen sagen momentan? Die Impulsgewehre sind gut. Meines Erachtens nach sind momentan nur die Impulsgewehre gut. Alle anderen Waffen können fast schon einpacken. Also das heisst nicht, dass man die anderen nicht mehr spielen kann, aber man hat drastische Differenz zwischen Impulsgewehren und Automatikgewehren, Impulsgewehren und Scoutgewehren, also Impulsgewehre, dominieren momentan halt einfach. Die Suros Regime wäre eigentlich von Grund auf keine schlechte Waffe, aber zur Zeit mit diesem Balancing System, das wir haben, ist sie leider nicht so der wahnsinnige Hit. Ich würde aber hier sagen, ich würde sie mal vorsichtshalber kaufen, denn wenn das Ganze wieder gepatcht wird, könnte sie wieder nützlich sein und werden. Hier würde ich auch sagen, die Suros Regime ist mehr fürs PvP geeignet und weniger fürs PvE. Natürlich, man kann sie im PvE auch spielen, aber im PvE kann man sehr, sehr viele Waffen spielen. Da braucht man jetzt primär nicht unbedingt eine exotische Waffe. Deswegen, ich würde sie mal vorsichtshalber kaufen, falls da PvP-technisch nochmal das Balancing System ein bisschen geändert wird und die Automatikgewehre wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Im grossen Ganzen eigentlich keine schlechte Waffe, aber eben momentan ist PvP-impulslastig. So sieht's halt leider aus. Dann Waffenornamente hätten wir hier für die Zahler Supercell, Berührungsschutz und Feuer gestellt für das Wölflingsgeheul. Irgendwie hat das Wölflingsgeheul immer hier einen Platz mit den Ornamenten. Naja, gefühlt technisch auf alle Fälle. Dann Plasmaantrieb und Smaragdspul wäre aktiv. Wir können hier einen blauen Sparrow zu einem legendären upgraden, falls wir das möchten. Dann können wir schwere Munitionsynthesen kaufen für seltsame Münzen. Ich mache das gerne mal, weil seltsame Münzen brauche ich momentan nicht so viel. Da habe ich gerne mal ein bisschen schwere Munitionsynthesen dabei. Da kann man auch die Fraktionen leveln. Übrigens ist in der Beschreibung verlinkt. Dann 3D-Münzen. 3D-Münzen kann man gut einsetzen, um exotische Gegenstände zu, in Anführungszeichen, farmen. Einfach immer fleissig einsetzen, dann klickt man hier und da an Exo. Dann hätten wir die Glasnadeln. Da können wir Rüstungsteile im exotischen Bereich umwürfeln. In der Beschreibung ist auch noch ein Video verlinkt, falls man da mehr Infos bräuchte. Und zu guter Letzt hätten wir Lichtpartikel. Wir können hier zwei seltsame Münzen zahlen und erhalten ein Lichtpartikel raus. Lohnt sich nicht, denn seltsame Münzen sind wertvoller als Lichtpartikel. Gut, das war es auch schon vom Video. Wenn es euch gefallen hat oder auch geholfen hat, lasst ein Like da, würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.